Hallo zusammen, hier ist wieder euch der Lounge, wir sind für euch in Shadowlands unterwegs und heute will wir so einen kleinen Mage Tower Guide präsentieren. Heute soll es um den Heal Monk geben. Das ist auch der letzte Monk Spec, den ich jetzt noch nicht euch präsentiert habe als Guide. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns das einmal an. Wir werden uns einmal die Skillung anschauen. Dann gucken wir uns einmal so ein bisschen das Gear an sich an, Verzauberungen, Sockel und dann werden wir noch ein bisschen über die Consumables drüber gehen. Und als letztes gucken wir uns den Fight an. Wir werden uns den kompletten Kampf angucken, der ist relativ lang. Ja, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal durch. Ich habe geskillt, als allererstes hier Nebelhüllen. Ich habe gesehen, in vielen Guides nimmt man dieses Cheese Stoß mit. Das Problem ist, ich spiele Main kein Monk Healer, auch allgemein kein Heiler und ich habe das Ding so gut wie nie eingesetzt. Deswegen habe ich einfach die passive Fähigkeit genommen. Wenn ihr das besser handeln könnt, könnt ihr auch den Cheese Stoß mitnehmen. Ich habe ihn persönlich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Dann spielen viele mit dem Tigerrausch. Fand ich nicht so nice. Ich habe lieber mit dem Chi Torpedo gespielt. Das ist, denke ich mal, auch Geschmackssache. Dann habe ich den Lebenszyklus gewählt. Ring des Friedens habe ich mitgenommen. Der ist in der ersten Phase sehr schön. Theoretisch könnte man dann später umskillen, aber die anderen Sachen bringen auch nichts. Als Randinformation, man kann zwischendrin, kommt man aus dem Kampf in der Challenge. Und dann könnt ihr auch umskillen und andere Talente für verschiedene Phasen nehmen. Ich persönlich habe das dann immer oft vergessen. Deswegen habe ich einfach eine Skillung für alles genommen. Dann musste ich quasi nicht dran denken. Aber wenn man sich schwer tut, kann man da noch ein bisschen optimieren. Dann habe ich Magiediffusion genommen. Die ziehe ich, glaube ich, nur ein einziges Mal auch im Fight tatsächlich. Theoretisch kann man dann auch später noch umskillen. Dann habe ich hier Chi Yi, den roten Kranich einmal mitgenommen und fokussierter Donner. Genau, soviel zu der Skillung. Wie gesagt, in verschiedenen Guides spielen die Leute das anders. Ich habe es für mich ein bisschen runtergedummt, dass ich weniger Buttons habe, weil Buttons, die man nicht drückt, bringen halt dementsprechend auch nichts. Gut, dann schauen wir mal, was ich an Gear mir angezogen habe. Wenn ihr meine Guides kennt, wisst ihr, bei den meisten Charts lege ich mir hier dieses hergestellte Gear an. Der Name ist hier Programm. Das kann nämlich bei Leder hier ein Lederer herstellen. Ist MOP-Loot quasi und dementsprechend, wenn ihr in MOP die Rezepte habt, könnt ihr euch das selber herstellen oder euch aus dem Haar kaufen oder herstellen lassen. Da habe ich fast das komplette Gear an. Der Set-Bonus ist natürlich deaktiviert. Aber den Vorteil, den wir haben, sind zweierlei. Erster Vorteil ist, wir haben hier einen Haufen Sockel drauf, wie ihr seht. Also auf den meisten Teilen sind hier Sockel drauf und, naja, im Matchtower wird man hier runtergescalt. Auch das Gear wird runtergescalt, aber wenn ihr zusätzliche Sockelslots habt, habt ihr mehr Stats. Also macht es Sinn. Und der zweite Vorteil ist, ihr könnt euch das mit Mal des Handwerkers in verschiedenen Stufen herstellen. Und wenn ihr es euch auf Stufe 50 oder drunter herstellt, könnt ihr die alten Fortsets drauf machen. In Shadowlands gibt es ja nur auf eine Handvoll Items Verzauberungen. Und es gibt alte Verzauberungen, die könnt ihr aber maximal auf Stufe 50 Items drauf machen. Und ja, wenn ihr dann halt 50 Items habt oder drunter, könnt ihr die noch zusätzlich verzaubern. Die Stats gibt es dann in dem Challenge noch zusätzlich drauf. Ihr werdet nämlich auf 50 runterscalt, die Sachen werden aber nicht hochscalt. Also wenn ihr euch 48 herstellt, fehlen noch zwei Itemlevel und 1 plus Stats. Die Verzauberungen machen das aber wieder wett. Man kann nämlich leider die Sachen nicht auf Stufe 50 genau herstellen, sondern nur auf 48 oder auf 54. Und dann kann man sie halt nicht verzaubern. Also ich habe mir hergestellte Handschuhe gebaut und hier habe ich dann einmal einen Insockel drauf. Das ist ein epischer Insockel. Und eigentlich sollte ich wahrscheinlich da irgendwelche Inverzauberungen drauf machen. Aber ich sehe gerade, ich habe noch von den anderen Challenges die AGVZ drauf. Es ist natürlich hier nicht so optimal. Ja, es gibt glaube ich vom Maximallevel eine Inverzauberung. Da müssen die Items aber glaube ich 50 aufwärts sein. Da wäre es dann tatsächlich sinnig, wenn ihr hier ein 54er Item herstellt und Inverzauberung drauf macht. Ich habe das Gear halt für alle Challenges genutzt. Deswegen hatte ich jetzt hier noch Beweglichkeit drauf, was jetzt nicht so gut ist. Dann haben wir einmal die Taille. Hier kann man nochmal so eine eiserne Gürtelschnelle drauf knallen. Die hat nämlich normalerweise nur einen Sockel und damit kann man einen zweiten Sockel bekommen. Dann auf der Hose habe ich nochmal zwei Sockel ganz normal drauf. Plus eine Verzauberung, glaube ich vom Lederer ist das. Das ist so ein Rüstungsset, was man drauf machen kann. Bringt nochmal Inverzer. Dann auf den Schuhen sind ganz normal, ja gut, hier habe ich jetzt 15 Beweglichkeit drauf. Auch noch von der Tank Challenge und der DD Challenge. Da solltet ihr vielleicht eher Int euch verzaubern. Dann auf den Ringen habe ich mir zwei Ringe von Shadowlands Juwel geholt. Also die konnte man auch einfach herstellen oder es mal haarkaufen. Hier habe ich Crit drauf verzaubert. Crit scheint für einen Monkey relativ gut zu sein. Dann haben wir das Compendium der Wirbelten Fluten. Das kann einen Inschriftenkundler herstellen. Ist sehr gut, gibt nämlich noch so ein Schild auf dem Gegner. Ist eigentlich so das beste Heil-Trinket, was ihr da drin fahren könnt, meiner Meinung nach. Dann habe ich noch mit einem DPS-Trinket gespielt und zwar Geistereisen Drachling. Den kann der Inji herstellen und diese extra Sockel, diese Zahnrad-Sockel kann auch der Inji herstellen. Können die alles im Auktionshaus kaufen. Ich habe hier zweimal Crit und einmal Versa genommen. Das spawnt einfach so einen Drachling, der noch ein bisschen Schaden verursacht. Und durch die Sockel hat man halt einen Haufen Stats. Also diese ganzen Items, alle komplett aus dem Aha, kaufbar oder herstellbar. Dann habe ich einfach einen Erlum-Stab genommen, den Stab des Direktors. Der hat nämlich nur Crit drauf, tatsächlich, wie ich es gesehen habe. Und da habe ich die himmlische Führung drauf verzaubert. Dann habe ich hier einfach, aus dem Aha war das, glaube ich, einfach Stufe 50er Handgelenke gekauft gehabt. Da habe ich 15 Int drauf verzaubert. Und vorher hatte ich, glaube ich, irgendeine andere Verzauberung für die anderen beiden Challenges vom Monk drauf gehabt. Ich glaube, die 15 Int, die sind tatsächlich die Shadowlands-Verzauberung. Dann habe ich einmal das hergestellte Item hier wieder auf der Brust. Da haben wir jetzt zwei spezielle Sockel drin. Und zwar gibt es einmal das Säblerauge der Intelligenz und einmal Krakenauge der Intelligenz. Und die sind beide einzigartig Sockelbar. Die haben halt ein bisschen mehr Int drauf. Und ja, was habe ich drauf verzaubert? Eisiges Geplänkel habe ich drauf verzaubert. Dann den Rücken. Da habe ich einfach irgendeinen Random-Rücken aus dem Haar auch gekauft für ein paar Gold. Da habe ich 20 Ausdauer plus 30 Lebensraub drauf verzaubert. Dann Schulter ist wieder Int-Sockel ganz normal drin. Und dementsprechend fünf Intelligenz und zwei Crit-Punkte. Das kann, glaube ich, ein In-Schriften-Kundler herstellen. Den Hals habe ich mir wieder aus Shadowlands Juve geholt. Da ist nämlich von Haus aus schon ein Sockel drauf. Und da hätte ich eigentlich wahrscheinlich den Crit-Hals lieber nehmen sollen. Aber wahrscheinlich hatte ich noch von der Tank-Challenge, da war nämlich Versa ein bisschen besser, den Hals rumliegen. Und last but not least haben wir einmal den Helm und das auch wieder ein hergestelltes Item. Da habe ich den letzten Special-Sockel. Und zwar Leviatat-Auge der Intelligenz. Der hat sogar sieben Intelligenz drauf. Und dementsprechend auch einzigartig anlegbar. Auf diesen alten Köpfen sind noch Meta-Sockel-Slots drauf. Und da könnt ihr nämlich spezielle reinmachen. Hier habe ich das brennende Bergkristall. Und der hat halt drei Int plus drei Prozent mehr kritische Effekte. Ja, soweit zum Gear. Wie gesagt, das könnt ihr euch alles einfach immer hart zusammenkaufen oder selber craften. Ihr könnt natürlich aber auch stinknormal mit eurem Shadowlands Gear reingehen. Damit tut ihr euch ein bisschen einfacher, weil ihr halt ein paar mehr Sets durch die Verzauberung und die Sockel habt. Gut, dann kommen wir als nächstes zu den Ray-Consumer-Vis. Ich habe einmal gespielt mit dem großen Fläschchen und den etlichen Tiefen. Shadowlands Flass tut es auch. Das skaliert in der Challenge besser, gibt ein paar mehr Sets. Dann habe ich mit dem einbalsamierten Öl gespielt. Dann habe ich das Crit-Food aus Shadowlands genommen, diese Rippchen. Einfach eine ganz normale Rune. Dann habe ich die Kriegsrollen der Intelligenz und die Kriegsrollen des Schrachtrufs gehabt. Warum habe ich die beide? Intelligenz ist klar, bringt Intelligenz und Schlachtruf bringt halt Angriffsstärke. Durch die Angriffsstärke, ihr könnt eure Teammates da drin buffen und dann machen die halt auch, ich vermute, sie machen damit mehr Schaden. Also sie haben auf jeden Fall diesen Buff drauf, dass sie mehr Angriffskraft haben. Und ich gehe davon aus, dass sie damit mehr Schaden machen. Diese beiden kann ein Inschriftenkundler herstellen, könnt ihr auch immer hart kaufen. Dann habe ich natürlich den spirituellen Mana-Trank. Das ist einfach ein Mana-Trank, der am besten skaliert im Mage-Tower. So viel zum Vorgeplänkel. Und dann würde ich sagen, schauen wir einmal in die Challenge an sich rein. Gut, ich habe das jetzt hier mal aufgenommen gehabt. Und ja, wir sind jetzt hier quasi ganz am Start, in der ersten Phase. Und ihr seht schon, wir haben insgesamt, sind wir zu viert in der Gruppe. Erstmal haben wir einen Rogue, dann haben wir einen Worry und einen Hunter und uns quasi als Heiler. Ach ja, eins sollte ich euch vielleicht noch zeigen, bevor wir loslegen. Ich habe mir ein paar Makros gemacht. Und zwar, vielleicht kann ich euch das mal kurz demonstrieren. Wenn ihr Main-Heiler spielt oder allgemein Heiler spielt, dann habt ihr vielleicht einen Heiler-Add-On. Dann interessiert euch das alles nicht. Ich persönlich spiele keinen Heiler, habe keinen Heiler-Add-On. Und deswegen habe ich meine Buttons so gewählt, wenn ich einen Gegner quasi drübergehe oder einen Target habe, dann kommen meine Damage-Spells. Und wenn ich quasi über einen verbindeten Mouse-Over, also ich kann den im Target haben, und fahre rüber, dann gehen meine ganzen Spells zu den Heal-Spells. So muss ich nicht x-Binds haben. Und ich kann euch mal exemplarisch einmal das zeigen, ob ihr das jetzt auch nutzt, ist dann euch überlassen. Ich habe dann einfach quasi mir ein Makro gemacht für quasi Mouse-Over zum Healen, Target quasi zum Damagen. Und wenn ich weder ein Target habe oder jemanden Mouse-Over, dann habe ich einen eigenen Zauber. Genau, das sind diese, da habe ich mir von allen möglichen Spaces ein Makro gemacht. Und braucht man nicht, ist jetzt auch für die Challenge nicht relevant. Ist einfach so ein Vorschlag, wie ihr es vielleicht auch machen könnt, wenn ihr jetzt nicht unbedingt einen Heiler-Add-On benutzt. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir rein. Also die drei Typen habe ich euch schon erklärt. Und ja, jetzt ist es so, dass wir verschiedene Phasen haben. Und in der Phase 1 kämpfen wir hier gegen verschiedene Wellen. Die Wellen werden nach hinten raus immer ein bisschen schwieriger. Und am Anfang sind sie relativ simpel. Wichtig ist in der ersten Phase so ein bisschen, ihr solltet so ein Ticken aufs Mana achten und halt gucken, dass eure Mobs nicht weggebürstet werden. Wenn einer stirbt, ist es vorbei. Wenn ihr sterbt, ist es auch vorbei. Als allererstes haben wir einen, so einen Bogenschützen. Und der macht eigentlich nicht viel. Der schießt halt immer und zum Mal mit seinem Bogen rum. Und wenn ihr dieser blaue Pfeil kommt, derjenige, der quasi davon getroffen wird, kriegt einen Dot drauf. Dieser Dot macht relativ gut Schaden. Ihr solltet ihn schnell dispeln. Und am besten kriegt ihr ihn nicht selber ab. Was macht der? Neben dem Schaden habt ihr die Problematik, dass der euch auch tot, dass der euch auch Mana runter tickt. Und zwar, wenn der durchtickt, zack, 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 sei der OM und dann war's das. Also der sollte, wenn der auf euch geht, dann müsst ihr sofort euch selbst dispeln. Und wenn ihr auf die anderen geht, möglichst schnell die anderen dispeln. In der zweiten Gruppe kommt einmal ein Magier und nochmal so ein Hunter. Der Magier castet einfach den Arcan Blitz. Und umso mehr Arcan Blitz er durchkriegt, stackt er sich selber hoch. Heißt, er kriegt einen durch. Dann kriegt er einen Stack, dass er prozentual mehr Schaden macht. Ich weiß gar nicht, ob es 50 oder 100% mehr Schaden ist. Heißt, er sollte relativ schnell sterben. Oder er muss cc'd werden. Ich hab mich jetzt dazu entschieden, ihn nicht irgendwie zu cc'den, weil die cc's brauchen wir später noch alle. Und dementsprechend haben wir den einfach runtergeklopft. Halte einfach gegen. Sobald dann der Hunter auch stirbt, kommt die nächste Gruppe. Und hier haben wir jetzt wieder den Caster da drin. Den müssen wir schnell töten. Und wir haben einmal diesen Soldat. Das ist so ein Mili-Handswursch. Und der hat zwei Fähigkeiten. Das ist die erste. Da hau ich jetzt diese Paralyse drauf, wie ihr es gesehen habt. Also wichtig ist, er castet das. Und während er den Initialkast macht, nicht unterrupten. Weil wenn ihr ihn da unterbrecht, macht den einfach nochmal. Er castet den Initialkast. Und dann channellt er was. Diesen Channel müsst ihr ja quasi cc'den. Dann hört er ja quasi damit auf. Und als zweite Fähigkeit macht er immer einen Verfolgen. Da wird er hier wütend. Und verfolgt einen. Das ist meistens, sei das ihr. Und wenn er euch erwischt, dann hittet er euch ziemlich hart. Deswegen müsst ihr weglaufen. Dafür habe ich meinen Cheat-Torpedo quasi. Und mehr macht der Typ nicht. Zwischendrin haut er halt den Tank relativ hart. Und sonst tut er eigentlich immer abwechselnd sein Verfolgen machen. Beziehungsweise diesen Messertanz, so wie das auch immer heißt. Diesen Cast. Und das macht einfach extrem hier, Messertanz macht einfach extrem viel AE-Schaden. Also ihr seht, da kriegt die ganze Gruppe einen Haufen Damage. Übrigens, ich habe ihn absichtlich hier vorne hingezogen. Das ist nämlich ganz wichtig, weil jetzt kommt die schwierigste Gruppe. Jetzt shoppen wir mal schnell. Ihr wollt, dass ihr den letzten Mob aus der vorigen Gruppe hier tötet, dass eure NPCs hier stehen. Wenn die nämlich irgendwo da hinten stehen, dann laufen die Mobs alle auseinander und ihr könnt sie gleich nicht vernünftig CC'en. Deswegen war es wichtig, dass ich den hier vorne hingezogen habe. So, wir haben hier einen Caster und zwei von diesen Melee-Mobs. Und die casten gleichzeitig ihren Messertanz. Ihr seht das. Ihr lasst ihn durchcasten und instant dann diesen Fußfeger, dass ihr die beide stunnt. Wenn die beide das durchcasten, ihr könnt es nicht gegenhalten. Dann lauft er nach hinten weg, den Ring hinlegen, und sie werden immer wieder hergekickt. Wenn die euch kriegen, die killen euch instant. Also ihr müsst von denen weglaufen, wenn die beide euch verfolgen. Und jetzt ist es so, dass ihr guckt, dass ihr den Loweren anklickt von beiden, auf der er nicht gedamaged wird. Jetzt kommt nämlich wieder der Messertanz. Die machen es beide. Und den einen wollen wir jetzt wieder mit unserer Paralyse, so wie das Ding heißt, rausnehmen. Und der andere wird uns jetzt quasi wieder verfolgen. Ich habe hier auch übrigens HT gezogen bei der Gruppe mit den drei Mobs, dass einfach unsere NPCs auch ein bisschen mehr raushauen. Da könnt ihr auch noch andere CDs ziehen. Revival könnt ihr theoretisch auch reinhauen, wenn es hier zu eng wird. Manchmal werden auch verschiedene verfolgt, dann werdet ihr verfolgt und quasi einer von euren NPCs. Dann laufe ich meistens selber weg und gebe dem anderen quasi mein Live-Pecroon, dass der wieder getoppt ist. Also das habe ich mir bis hierhin immer noch aufgehoben. War jetzt aber hier nicht der Fall tatsächlich, dass ich das benötigt habe. Danach kommt tatsächlich nur noch eine einzige Phase. Auch hier solltet ihr wieder gucken, ihr wollt diesen NPC möglichst hier vorne haben. Das war jetzt nicht so ganz optimal. Ich habe mich jetzt hier hingestellt und gut rausgehalten, dass ich die Akku habe, dass die alle schön zusammenbleiben. Weil auch die wollen wir wieder mit unserem Fußfeger da alle stunnen. Also er castet wieder seinen Cast, der Channel kommt, ich stun sie alle. Jetzt muss ich mich hier hinten ein bisschen hinstellen, dass das andere gesockt wird. Und wenn er rauskommt, verfolgt er mich. Jetzt haue ich meinen Ring hier hin, dispel den einen, der wird die ganze Zeit weggestoßen und dann ist es eigentlich relativ easy. Der Magier ist schon tot, jetzt haben wir nur noch diese beiden Mobs. Wichtig ist, ihr solltet gucken, welchen sie angreifen und auf den auf keinen Fall Paralyse draufhauen. Weil wenn ihr den einen, wenn ihr den paralysiert, der quasi angegriffen wird, dann greifen sie den anderen an und wird es ein bisschen blöd. Hier hinten war ich jetzt ein bisschen eingesperrt, deswegen musste ich die Paralyse auf den Hunter draufhauen, um dementsprechend da ein bisschen wegzukommen. Da ist es praktisch, wenn ihr wirklich den Cheatopedo nur dann einsetzt, wenn ihr ihn wirklich braucht. Wenn ihr dann neben den Mobs steht und quasi da keine Aufladung mehr habt, die killen euch ziemlich schnell. Deswegen, wenn die ihren Messertanz ansetzen, dann wisst ihr eigentlich schon, dass direkt danach sie das Verfolgen machen, dann könnt ihr schon mal ein bisschen von den Mobs weglaufen, vielleicht mit denen Heilungen heilen, die quasi während dem Movement, also während dem Laufen möglich sind. Da gibt es ja diese 1A-Heilung, die könnt ihr während dem Laufen machen und eure Hots gehen dann meistens auch wegen dem Laufen. So, ihr seht schon, mein Mana ist relativ low, Mana-Trank habe ich jetzt hier nicht gebraucht. Falls ihr da Probleme kriegt, könnt ihr natürlich hier auch noch einen Mana-Trank reinhauen. Wichtig, hier könnt ihr euch jetzt wieder hinsetzen und einmal essen und euch komplett vollziehen. Jetzt muss ich mal schauen, wenn wir jetzt ein bisschen vorspringen. Vielleicht sind wir einen Ticken zu weit vorgesprungen. Also, ihr futtert euch komplett voll und dann müsst ihr einfach diesen kleinen Weg weiterlaufen, das sind ein paar Meter hier rein und sobald ihr hier reinlauft in den Raum, ist es dann so, dass ihr hier diese Augen habt. Und bei den Augen ist es tricky. Wichtig ist, sobald die angreifbar werden, ziehe ich jetzt gleich meine Magie-Diffusion und diesen Knockout-Tritt oder wie der heißt, ich weiß gar nicht, also One-Shot einfach ein Auge. Und danach habe ich diesen T gezogen. Ich muss jetzt bloß mal kurz nachschauen, wie der heißt, weil ich kein Monk-Experte bin. Donnerfokus T genau, ziehe ich danach. Und wichtig ist, nach jedem Auge, das ihr getötet habt, müsst ihr euch wieder komplett vollheilen. Wenn das Auge nämlich getötet wird, macht es euch 70 bis 80 Prozent eures Lebens an Schaden. Zusätzlich ist es nur so, dass die um sich rum Damage projieren. Heißt, ihr könnt dann immer nur kurz hingehen, ein Damage-Spell draufhauen und müsst ihr weggehen. Seht ihr, ich gehe immer hin, ein Damage-Spell draufhauen, teilweise kriege ich dann den Tick und wenn die low sind, dann lasere ich es zur Sicherheit hier mit meinem Knistern Ja, der Blitz weg. Seht, das scheppert schon ganz schön rein, halten wir uns wieder hoch und dann quasi wieder zum nächsten ran. Ist ein bisschen tricky. Theoretisch könnt ihr sie auch nur mit dem Knistern Ja, der Blitz killen. Das ist dann die sicherste Option. Ihr braucht dann halt länger und das Schwierige ist hier, wir haben hier einen Timer. In der dritten Phase ist ein Timer und wenn der abgelaufen ist, habt ihr automatisch verloren. Also solltet ihr da am besten gucken, dass ihr hier relativ zügig unterwegs seid. Dann haben wir wieder Vollhallen und dann haben wir das letzte Auge. Wichtig, falls ihr auch mit diesem Geister-Eisendrachling spielt, seht ihr, der spawnt und one-shottert das. Wenn ihr da zu low seid, muss man ein bisschen gucken. Deswegen das halb runterhauen, die Stacks fressen, ist keine gute Idee. Also ihr müsst ja ein bisschen Puffer einplanen. Hier ist es wichtig, die habt ihr gerade diese Funken gesehen. Bei denen ist es so, dass ihr quasi die mit eurem Kranichtritt wegwirbeln müsst. Wenn ihr nämlich reinlauft, ohne dass die gekillt sind, haunt die euch so einen Blitz drauf und das haut übelst Schaden aus. Also die müsst ihr weg erähen. Die Fledermäuse solltet ihr auch weg erähen. Die stacken, umso länger die leben, machen die mehr Schaden und sonst halt einfach ihn runterklopfen. Hier ist es nicht sonderlich wild. Hier habe ich auch dieses Kranichtding gezogen und ich habe halt wieder diesen T reingezogen, um halt zu DPSen. Jetzt klicken wir hier diese Welle an und nehmen schon den Mob, der hoch und runter läuft ins Target. Den müssen wir nämlich dispeln und dann habe ich meine Eheilung hier gezogen und die Typen müssen wir einfach alle hochziehen. Also alle auf 100% ziehen und dann den Boss hier angreifen. Wenn die nicht hochgezogen werden, dann sterben die runter und greifen uns glaube ich danach auch an. Also das wollen wir nicht. Hier haben wir einfach wieder so einen Caster. Wichtig ist hier übrigens, ihr könnt, wenn ihr den Pfeil wirkt, einmal wenn dann C10, also wir haben einen Stun und die Paralyse, oder wir stellen uns hinter diese Geister, die wir hochgehalten haben, die dienen quasi als Blocker. Das könnt ihr natürlich auch machen, solange wir unsere zwei CC-Sachen haben, können wir ihn aber einfach damit abbrechen und müssen nicht hinter diesem Dude stehen. Wenn ihr, die müsst ihr dann auch nicht dispeln oder irgendwas, wenn die einmal einen Pfeil abkriegen, verschwinden die einfach. Dann sind die getroffen, hauen ab und dann war es das. So, jetzt haben wir hier wieder so eine Mauer beziehungsweise so ein Gitter. Das müsst ihr einmal aufmachen. Vorher zieht ihr euch am besten hoch und hier sind wir diese Kugeln. Also, wir laufen da hoch, können durch die Dinger durchlaufen, müssen aber die ganze Zeit den wirbelnden Kranichtritt quasi durchcasten und am besten schaut ihr, wo es die Orb stellt, auf die andere Seite und klickt das Gitter wieder an. Hier ziehe ich übrigens HT wieder. Das ist wieder ready und eigentlich mein T, dass ich maximal raus DPSen kann. Das war jetzt aber leider hier noch nicht ready und wir DPSen ihn runter und hier haben wir jetzt verschiedene Sachen auf wie wir dir achten müssen. Wir müssen auf die Kugeln achten, dass wenn die rankommen, dass wir die sofort wecker ehen. Wenn die einmal an uns rankommen, das zieht uns sofort runter. Da brauchen wir sofort live per Kunduz, was wir überleben. Deswegen, da müsst ihr echt aufpassen. Dann, ups, jetzt habe ich das ein bisschen übergezogen. Dann haben wir einmal diese Augen hier, die ihr seht, die lasern einfach. Da kann man ein bisschen drinstehen und gegenhalten. Das ist nicht so der Stress. Und da drin sind nochmal diese flackerten Augen, die wir von unten schon kennen, die um sich rum mal eh pulsieren und jetzt gehen wir nochmal einen Tick zurück, weil ich das ein bisschen schnell gemacht habe, weil die ja eh pulsieren und wenn ihr sie töten würdet, dann ratzen die euch. Und ich habe hier einmal den Ring gelegt, dass diese ganzen Augen weggekickt werden, dass ich den ja eh nicht abkriege. Und ihn einfach nur hier möglichst runter oder gtps. Ich ziehe dann auch quasi meinen Buff, dass ich mehr Life habe und dann kille ich ihn mit diesem Knockout-Tritt da. Oder ich muss jetzt mal nochmal gucken, wie der heißt. Ich glaube Knockout-Tritt war der andere, ne? Berührung des Todes war das. Ups. Naja, Berührung des Todes meine ich. Mit dem können wir ihn dann halt wegschotten. Und wenn ihr vorher euren Live-CD zieht, wo ihr einen Prozentual glaube ich 15% mehr Life habt, dann könnt ihr den halt schneller wegtreten. Ihr seht, ich habe jetzt noch über eine Minute über. Das ist hier relativ chillig. Dann können wir quasi hier reingehen und diese Augen langsam weghauen. Wichtig ist halt, je nachdem wie viel Zeit ihr habt, könnt ihr das wenn dann safe spielen. Also wenn ihr jetzt wie ich nur über eine Minute Zeit habt, könnt ihr die einfach auf Range stehen und demnächst so einen Gnadeblitz weggnattern hier. Oder ihr macht es halt wie unten, dass er rangeht und guckt immer kurz drauf dps, wie der hinter geht, wie er ein bisschen heilt. Wenn ihr Damage gekriegt habt, das könnt ihr natürlich auch machen. Je nachdem wie die Zwitterzeit aussieht. Alternativ könnt ihr es hier auch so spielen, dass ihr erst die Augen macht und dann den Boss. Das Problem ist aber immer, der Boss hat ja diese anderen Augen, die er spawnt, also diese kleinen, die quasi sich im Kreis drehen mit diesem Laser. Das verursacht euch Schaden und er castet auch noch eine Damage Ability. Und wenn ihr seht, diese Augen explodieren, auf wie wenig Leben ihr seid, dann kann es halt sein, dass die anderen Abilities vom Boss euch töten. Deswegen habe es ich persönlich jetzt so gemacht, dass ich eher den ersten Boss getötet habe und dann die Augen. Ist ein bisschen sicherer tatsächlich. Man ist da hinten aber schon ein bisschen eingequetscht. Aber mit dem Ring könnt ihr euch die Mobs eigentlich so ein bisschen fernhalten. Gut, dann kommen wir jetzt zur letzten, oder es ist nicht die letzte Phase, aber jetzt kommt quasi die letzten beiden Phasen. Hier haben wir jetzt erstmal noch ein bisschen gequatsche. Und danach ist es so, dass sich die NPCs gegenseitig angreifen. Ich habe es jetzt gemacht, so gemacht, dass ich einmal hier die beiden Rollen nochmal gezogen habe, denn mit den Rollen kriegen wir und unsere NPCs, wie ihr hier seht, die Buffs. Also dann haben sie mehr Int und mehr Stärke ist es nicht, Angriffskraft, genau. Und ja, am Ende wird es nämlich relativ knäppelig bei mir und da ist wirklich jedes Prozent, was ihr an Schaden rausholen könnt, Gold wert. Ja, jetzt haben wir hier so einen kleinen Dialog und dann greifen sie sich gleich an. Da könnte sie schon mal ein bisschen prehotten und unser Ziel ist es jetzt gleich, unsere Gruppe hier im Leben zu halten, aber zeitgleich noch so Geister hoch zu heilen und die kommen nämlich insgesamt aus drei verschiedenen Richtungen und die müsst ihr einmal hochziehen. Die fliegen einmal vom Rand zum Boss, kleine Randinformationen, bei denen ist es ein bisschen komisch, selbst wenn ihr sie jetzt hier theoretisch heilen könnt, seht ihr, ich spam die ganze Seite, die müssen erst einen Ticken in den Raum reinfliegen, dass ihr sie heilen könnt. Ihr müsst da relativ schnell sein, also hier einfach nur durchholzen, ihr könnt danach nämlich wieder Mana recken und die dürfen halt den Boss nicht erreichen. Wenn sie den Boss erreichen, dann spawnen sie später als Gegner und die müsst ihr dann nochmal töten. In der ersten Welle versuchen wir alle drei hochzuheilen, das klappt eigentlich relativ easy, quasi einfach unseren Nebel draufcasten und dann Hardcast die Heilungen, beziehungsweise dann können wir sie instant heilen und ja, in der zweiten Welle nehmen wir nur zwei mit, ihr fangt am besten immer von rechts nach links an, weil den rechten können wir irgendwie früher targeten als die anderen, warum auch immer und einen seht ihr, will ich jetzt hier durchlassen, am besten den Bogen schützen, der kann nämlich einfach nichts. So und in der dritten Welle kommen jetzt nochmal drei Stück und die wollen wir jetzt alle komplett hochheilen. Warum wir einen durchlassen, will ich euch gleich zeigen und zwar ist es hier so, dass wenn wir alle instant hochheilen würden, sofort der Boss quasi angreifbar wird und dann könntet ihr nicht zwischen den recken und ihr seht schon, das Mana ist hier relativ low, wenn wir aber einen durchlassen von den Dudes, dann kommt der gleich nochmal im Kampf und wir haben einfach ein paar Sekunden, um unsere NPCs nochmal hochzuhilen, ihr seht, wir sind einmal aus dem Combat gekommen und können jetzt einfach hier ganz gemütlich recken. Wie gesagt, wenn wir den Hochgehalt hätten, dann wäre in der Sekunde, wo der letzte Hochgehalt worden wäre, instant der Boss rausgekommen und dann starten wir mit 30 oder 40% Mana und dann wird es schon echt richtig, richtig knackig in der letzten Phase. Meiner Meinung nach ist die letzte Phase auch die schwierigste, da habe ich doch den einen oder anderen Try gebraucht, um quasi da ranzukommen. So, ihr seht, jetzt passiert erstmal eine Weile gar nichts und dann nach ein paar Sekunden wird der hier, den ihr nicht gehalten habt, angreifbar und hier solltet ihr jetzt gucken, dass ihr möglichst keine CDs raushaut. Einfach den ganz gemütlich runterhauen, schauen, dass ihr euch hiervon nicht treffen lasst. Ich habe einen Try verkackt, weil ich quasi hier am Ende das Ding gesaugt habe und dann war mein Mana quasi weg, also da solltet ihr ein bisschen schauen. Dann ziehen wir unseren C, ich habe den Kranich hier auch gezogen und Drums und dann DPSen wir jetzt voll auf den Boss rauf. Das Problem ist, vielleicht zieht ihr den Kranich hier nicht, ich habe mich ein bisschen zu sehr mit dem Kranich selber geheilt und dann wird es nämlich gleich ein bisschen problematisch, denn wir haben diese grünen Flächen, die ihr hier seht und da solltet ihr auf keinen Fall drinstehen, denn die machen einen Haufen Schaden. Dann bekommt der Tank einen Haufen Damage, den müsst ihr auf jeden Fall gegenheilen. Komischerweise, die NPCs kriegen durch die Fläche kein Damage, nur ihr kriegt durch die Fläche Damage. Der Boss springt uns hier alle paar Sekunden an und dann macht der Boss noch eine Fähigkeit auf uns und zwar seht ihr diesen Debuff, den wir jetzt hier unten haben. Wenn der ausläuft, dann kriegen alle unsere Verbündeten so viel Schaden, wie man selber noch ein Leben hat. Deswegen muss man sich schauen, dass man sich relativ low hält mit Leben, aber nicht zu low, weil der springt uns halt immer an und wenn wir quasi so 30% Leben solltet ihr haben oder wie ich jetzt gerade, also ich hatte gerade 15% Leben und bin halt rausgerollt, dann kriege ich nur einen Tick. Wenn ihr rauslauft, kriegt ihr zwei Ticks und das sind etwa so 15% vom Leben haut es runter. Also ihr solltet möglichst gucken, dass ihr auf 30% bis 40% seid, nicht über 50%, weil wenn ihr 50% Leben habt und das Ding ausläuft, dann kriegen eure NPCs 50%, wenn einer stirbt, dann ist halt Feierabend. Also die höchste Prio hat eigentlich der Tank und die anderen einfach so ein bisschen nebenbei hochziehen. Die kriegen nämlich nur Schaden eigentlich durch den Dot, den man selber drauf hat. Man kann theoretisch das ein bisschen besser hinbekommen, wenn man den NPC mit einem Stunt zwischendrin immer ein bisschen wegstunt, dann kommt das nicht so gleichzeitig. Oder jetzt seht ihr, der springt mich an und kurz danach läuft es aus, was eigentlich gut ist. Manchmal ist es auch andersrum und dann kann man die Timer so ein bisschen von den Ganzen verschieben. Was halt dann relativ wichtig ist, wie ihr seht, ihr solltet möglichst nah immer an dem letzten Paddle stehen, dass ihr den Raum nicht ganz so voll beudet, denn irgendwann habt ihr keinen Platz mehr und dann steht er halt in der Grütze drin und dann wird es halt relativ eklig. Ihr seht, jetzt habe ich hier noch wahrscheinlich ein oder zwei Sprünge über. Was ihr zwischendrin schauen solltet, dass ihr immer einen knisternden Ladeblitz auf den Boss draufhaut, dann kriegt ihr nämlich einen Debuff, dass er 5% mehr Millidamage bekommt und ja, das kann halt so der Müh sein, der euch am Ende im Damage spielt. Ihr seht, jetzt ist hier wirklich gar nichts mehr. Ich hätte vielleicht noch einen Ticken weiter in die Ecke laufen können, dass ich noch ein bisschen Platz save. Jetzt ist auch mein Buff ausgelaufen. Seht ihr, einen kleinen Fitzel habe ich noch. Also da spiele ich es jetzt auch nicht so gut. Der hat jetzt auch diesen Damage-Debuff-Ding und jetzt am Ende wird es dann relevant. Ihr müsst halt gucken, dass ihr euch selber noch ein bisschen hochzieht, aber nicht zu sehr und ich habe dem Tank jetzt noch Life Perkun gegeben, bevor ich gestorben bin. Ich habe nochmal Revival gezogen, Tank Life Perkun, denn wenn ihr sterbt, ist es noch nicht zu Ende. Wirklich verloren habt ihr erst, wenn eure NPC sterben und ich habe ja hier gesagt, durch die Grütze, seht ihr, kriegen die überhaupt keinen Schaden. Der Tank kriegt auch keinen Schaden durch die Grütze, er kriegt nur Schaden durch den Lord hier. Und wenn ihr ihm nur Life Perkun gebt, dann habt ihr noch ein paar Sekunden, die ihr rausholt und ihr seht, den meisten Damage, den die Gruppe wirklich bekommt, ist einfach nur, dass ihr diese Debuff-Mail ausläuft. Und ja, die haben ihn jetzt noch getötet und solange sie ihn töten, ist es quasi so, dass der Kill für euch auch zählt, egal ob ihr tot seid. Ihr solltet nicht zu früh freilassen, ihr solltet echt abwarten, bis quasi die, wenn dann gestorben sind oder den NPC getötet haben und ja, damit habt ihr dann, so wie ich, die Challenge bestanden und ihr seht, die haben ihn, glaube ich, jetzt über 10% noch runtergeklopft am Ende. Also, das macht tatsächlich einiges aus. Ja, also, so Jumps für Heldentum solltet ihr euch auf jeden Fall mitnehmen. Man kann natürlich jedes Mal, wenn er euch anspringt, noch einmal Damage-Spells reinziehen. Ich habe persönlich das nicht gemacht, weil mir das ein bisschen zu heikel war, aber theoretisch ist das eine Möglichkeit, dass man da noch ein bisschen was rausholt, einen Schaden. Gut, damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende von dem kleinen Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr positiv werdet und sonst sehen wir uns im nächsten Video wieder. Eutla, bis zum nächsten Mal. Ciao.